ein musical darsteller spielt die rolle einer figur in einem musical es gibt nur eine begrenzte anzahl von rollen für jedes musical und um die rolle zu bekommen singt ein musical darsteller zuerst vor während des vorsprechens ist eine jury anwesend und es ist möglich dass mehrere vorsingen folgen bevor eine rolle in einem musical erhalten wird es kann sein dass ein musical darsteller für eine rolle angesprochen wird aber es ist auch möglich selbst zu vorsprechen zu gehen um die rolle zu bekommen wird die rolle zugewiesen folgt ein langer prozess des übens und proben mit musiker kollegen neben dem lernen den text der rolle auswendig zu lernen ist es auch wichtig auf die gesangstechnik und bewegung zu achten es ist auch möglich dass das tanzen auf der bühne teil der rolle ist in diesem fall ist es natürlich wichtig die choreografie der tanzschritte zu beherrschen in einem musical gibt es mehrere rollen und deshalb arbeitet ein musical darsteller mit kollegen zusammen sind die rollen gut einstudiert folgt eine letzte probe bevor die musical rolle im theater vor meist zahlendem publikum ausgetragen wird das erste mal dass ein neues musical im theater stattfindet wird als premiere bezeichnet ein musical darsteller kann die rolle an einem festen ort erfüllen aber es ist üblicher dass das unternehmen von ort zu ort reist neben der aufführung für das publikum kommt es auch vor dass ein musical darsteller mit den musical kollegen im studio eine cd des musikal gesangs aufnimmt die musik wird dann an die öffentlichkeit und andere interessierte verkauft ein musical darsteller muss mit vielen märkten vertraut sein denn die arbeit beinhaltet oft eine kombination aus text gesang tanz und schauspiel auf hohem niveau von so 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 Untertitelung des ZDF, 2020